Zwei, zwei, einstieg! Nächstes bringt uns der Navabond, Neuhausen, Entschuldigung, ihre Wetsche mit. Die Weltzeit wurde 1984 gegründet. Die Weltzeit ist ein ziemliches Geburt hier. Der Nachbund Neuhausen ist eine sehr große Zunft und wir freuen uns sehr, dass sie da sind. Und hinter der Weltzeit sehen wir schon die Neuhausener Hexen. Und auch die Neuhausen. Die Hexen haben den gleichen Nachruf wie alle. Auf die Frau gehaut sie! 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 Und allgemein auch den Nachbund Neuhausen. Drei kräftiges Nari! 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 Oh mein Gott, dass du jetzt bald wunderschön bist. Ich will jetzt noch bloßbleiben. Ich will noch an die Haare putzen. Wir hätten heute auch geliefert. Alter, da scheint immer so gut. Ich will jetzt endlich mal rein. Alles klar, Steffen, war die Irwin-Grützscher. Es war ein Fädelzeit. Begrüße. Fädelzeit. Wie sie sind jetzt aus? Ich weiß, ich bin der Wildsbaue. Wir sind nicht genau unter Knall. Darum muss das Geliefe. Ich bin mit dir eng, dass wir noch schnell. Baby, dein Ausstellung macht mich nur Angst. Komm mit mir ein Start-Bierzeit. Baby, ich lasse dich nicht zurück. Es gibt dir keiner mehr mit. Das er hat mit der Werte, der Baby Der Rock ist verrückt und zwar'm' nur ich retten Der Brüder wird dabei Ich 눌러 mijn echter Elke Wir during der Deutschland X- considers! Marie! La taught! Marie! La taught! Die Fader-Star-Lights wurden 1951 von fünf Männern gegründet. Was war denn da los? Wo waren das denn die Frauen? Die Frauen sind wohl jetzt sehr, sehr gut vertreten. Und sie waren gerade sahen. Was war denn da los? Und wir haben bei Pedersal Team unter den Vindel. Ich führ mich nicht so für verliebt, und sie hat mein Herz bekommen. Sie ist eine Sieger-Lady und Frau von der Lipps-Marie! Und ihr könnt das leben immer mit der Frau Pedersal da. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Und haben wir auf euch ein dreifach kräftiges NARIE! NARO! NARIE! NARO! NARIE! NARO! GILLELANDSJÄSZE Als nächstes dürfen wir den Narazons Dietersweiler begrüßen, Brindungsjahr 2014, auf unseren Feuerteufel. Drei kräftiges Feuer! Teufel! Feuer! Teufel! Feuer! Teufel! Wir freuen uns sehr, dass wir mit euch zusammen arbeiten können. Wir sehen uns am Donnerstag. Als das so nett bekannt ist, am Donnerstag am Schmodehof, gibt es dieses Jahr vor dem Rathaus, nach unserem Rathaussturm, ein kleines Festdorf. Und da werden wir tatkräftig von unseren Feuerteufeln unterstützt. Darauf vielen Dank! Und im Hintergrund sehen wir schon die Narazons Frexinger. Die Narazons Frexinger bestehen auch aus vier verschiedenen Gruppen, sogar. Wir haben einmal der Schmdurmgeister, dann die Talwaldhexe, die Geigewaldsweifel und der Moschner. Und ich glaube, da vorne geht es schon von Moschner. Wahrscheinlich ein guter Moschner. Segen wir mal, der Moschner. Aber wir sehen auch der Schmdurmgeister. Auf der Schmdurmgeister. Schmdurm! Geistdurm! Schmdurm! Geistdurm! Schmdurm! Geistdurm! Und die Talwaldhexe. Ufste! 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 Als nächstes haben wir die Elfbiestore Emmerdinger Wasser e.V. Die Elfbiestore gibt es schon seit 2018. Und noch die Elfbücher, drei käftiges Elfbücher, Elfbücher, Elfbücher Und danach folgen auch schon die Teufel vom Teufelskabin Herre Wiese Oder Herre Wiese Und auf den Teufelskabin, drei käftiges Kamin, Kamin, Kamin Begründungsjahr 1338 Und auf den Teufelskabin dürfen wir die Narrensund Auentalhexen aus Oberiblingen begrüßen Gründungsjahr 2006 wächst und wächst Man sieht es am Narrensamer, die Narrensund wird von Jahr zu Jahr größer Auf die Auentalhexen, kräftiges Auental! Hexe! Auental! Hexe! Auental! Hexe! Und auch die Auentalhexen haben eine neue Gruppe dabei Die Quellwächter sind ja auch heute bei Ah, man sieht sie dahinter auf die Quellwächter Zwei kräftige Fehl! 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 Und auch die Narrensund Oberiblinge bzw. die Auentalhexen schlafen nicht Sie präsentieren uns hier eine wunderschöne Pyramide, die 1a klappt Ganz großer Abbruch! Einsatzrechtiges! Bravo! Dani! Dani! Bravo! Wer ist jetzt im 2.20 Jahr? Sehr schön, dass ihr dieses Jahr wieder bei uns seid! Wir freuen uns sehr! Als nächstes mit Stand Nr. 22, Hebronnie! Als nächstes mit Stand Nr. 22 Hebronnie!